Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen überraschenden Chip-Schocker, Luxusprobleme bei FMH und doppeljubelnde Fußballfans. Im Thema des Tages stellen wir euch die Gewinner hinter den Stromfressern bei der künstlichen Intelligenz vor. Und in der Triple-E-Idee beantworten wir die Frage, ob ihr den ARK Innovation haben müsst, der heute nach Deutschland kommt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Mayer und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 18. April und wir wünschen euch einen abwechslungsreichen Start in den Tag. Reichlich Abwechslung gibt es derzeit auch in den Börsen. Der S&P 500, der verlor zwar den vierten Tag in Folge und zwar 0,6 Prozent. Das war die längste Verlustserie seit Januar. Aber am Mittwoch, da waren es mal keine Zinssorgen, sondern plötzlich Wachstumssorgen. Der Ölpreis, der verlor deutlich, nämlich drei Prozent. Aber der wahre Schocker, das war der Chip-Ausrüster ASML. Der berichtete nämlich von schwachen Auftragseingängen und so war die Angst groß, dass vielleicht im Tech-Bereich doch nicht alles so gut läuft. Der Nasdaq 100, der verlor 1,2 Prozent. Tja, die Tech-Werte sind ja für Perfektion gepreist und vielleicht ist es doch nicht Perfektion. Naja, im DAX, da gibt es nicht so viel Tech und deswegen hat der DAX den Handel am Mittwoch bei 17.770 quasi unverändert geschlossen. Doch kommen wir jetzt zum Partykiller ASML. Die Aktie des niederländischen Chip-Ausrüsters, die fiel um sieben Prozent. Und das lag an den Zahlen, die da vorgelegt waren, vor allem an den Aufträgen. Und die blieben weit unter den Erwartungen. Bei Chip-Maschinen im ultramodernen EUV-Segment lag das Volumen nur noch bei einem Achtel vom Schlussquartal 2023. Ein Achtel, das ist schon ein bisschen weniger. Da gab es allerdings einen Bestellungsrekord und Chip-Maschinen sind so teuer, dass die Auftragslage volatil ist. Vergangenes Jahr, da profitierte ASML von starker Nachfrage aus China, da sich die dortigen Chip-Hersteller in Erwartung von US-Sanktionen ziemlich beeilten, fortschrittliche Lithographie-Maschinen zu erwärmen. Und der Auswahlkauf, der erfasst den gesamten Chip-Sektor AMD, verlor 6 Prozent, Nvidia 4 Prozent und der Halbleiter-Index SOX 3,3 Prozent. In dem anderen Segment, da lief es zumindest gar nicht so schlecht. LVMH, die hatten am Dienstag einen organischen Umsatzzuwachs im abgelaufenen Quartal um 3 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro gemeldet. Und zum Konzern, da gehören ja Luxusmarken wie Louis Vuitton oder Bulgari. Und damit hat sich das Wachstum allerdings ein bisschen verlangsamt. Schuld daran war die Kaufzurückhaltung der Verbraucher, weil die Preise gestiegen sind. Und so fiel auch das Plus bei der Aktie mit 2,8 Prozent am Ende nur moderat aus. Aber 2,8 ist doch jetzt nicht so schlecht in so einem Welt. Ja, ist okay. Das stimmt schon. Absolut. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Überflieger war United Airlines. Die Aktie, die gewann nämlich 17 Prozent, nachdem die jüngsten Ergebnisse die Anleger überzeugt hatten. Denn die US-Fluggesellschaft, die hat im vergangenen Quartal trotz der wochenlangen Stilllegung von Boeing-Maschinen, der 7379 Max-Maschinen, weniger Verlust gemacht als erwartet. Dass im Januar dadurch ja mehrere Dutzend Maschinen mal eben nicht zur Verfügung standen. Das kostete United rund 200 Millionen Dollar. Und ohne diese Belastung, da hätte man das Quartal wohl mit einem Gewinn abgeschlossen. Der Umsatz, der ist ebenfalls ganz ordentlich gestiegen, nämlich um 9,7 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar. Und in diesem Zuge konnten dann auch die Konkurrenten zulegen. American Airlines, Southwest Airlines, Delta und Alaska Air, die gewannen jeweils zwischen knapp zwei und gut sechs Prozent. Bleiben wir vielleicht noch kurz beim Übeltäter der United Misere im Januar. Wir haben es ja schon angekündigt, gestern wurde ein Boeing-Ingenieur als Whistleblower im US-Senat zu der jüngsten Pannenserie mit Boeing-Flugzeugen verhört. Und der behauptete, dass bei mehr als tausend Maschinen des 787-Modells größere Lücken zwischen den Rumpfteilen nicht ordnungsgemäß geschlossen worden seien. Der Flugzeugbauer, der weist diese Vorwürfe zurück. Die Anleger, ja, die scheinen da schon die negativen Schlagzeilen eingepreist zu haben. Die Aktie verlor nur 0,2 Prozent. Ja, und dann gab es gestern noch neue Hoffnungen für die Solarbranche in den USA. Ja, denn die US-Regierung, die will laut Insidern eine umstrittene Ausnahme bei Importzöllen auf Solarmodule aus China, aber auch anderen Staaten auslaufen lassen. Ja, eigentlich, da werden auf Solarmodule ein Aufschlag von 14,25 Prozent fällig. Ausgenommen sind aber sogenannte bifaziale Solarmodule, also bei denen kann das Licht quasi von beiden Seiten an die Solarzellen gelangen, weswegen dann auch die Ausbeute höher ist. Und als die Zölle eingeführt worden sind, das war im Jahr 2018 unter Trump noch, da war ihr Anteil an den Importen in den USA noch ziemlich gering. Inzwischen aber, da macht er 98 Prozent aus. Da hat sich also die Entwicklung am Markt so ein bisschen die Regeln überholt. Und ja, mit dieser Begünstigung soll dann offenbar bald Schluss sein. Das freut natürlich die heimischen Hersteller. First Solar, die legten nach zwischenzeitlich ziemlich hohem Gewinn dann noch um fast drei Prozent zu. Auch Solar Edge Technologies konnte dann noch leicht zulegen. Und Sunrun auch. Ich glaube, fünf Prozent. Ja, stimmt. Ja, richtig. Und fünf Prozent ging es auch bei Snap hoch, und zwar auf 10,90 Dollar. Und Grund, das TikTok-Verbot könnte möglicherweise schneller kommen. Der Mehrheitsführer im US-Repräsentantenhaus Johnson, der beabsichtigt, den Gesetzentwurf über die Veräußerung oder das Verbot in ein Paket von schnell umzusetzten Gesetzentwürfen aufzunehmen, so Fast-Track-mäßig. Da wird ja auch die Ukraine und Israel, das soll ja auch alles mit verhandelt werden und am Wochenende abgestimmt werden. Und das könnte da mit reinkommen. Und dann ist möglicherweise, wäre dann schon das TikTok-Verbot oder der Verkauf schon am Samstag, dann ins nächste Kammer und dann zum Präsidenten. Und dann wäre das schon schneller da. Und jetzt machen wir hier Termine und da kommen nämlich heute Zahlen vom Nasdaq-Schwergewicht Netflix. Der Streaming-Dienst hat sich ja klammheimlich zu einer der besten Tech-Aktien des laufenden Jahres entwickelt. Wenn man sieht, wie oft die schon die Preise angehoben haben, dann weiß man auch, warum das so ist. Aber vielleicht wird das ja irgendwann auch mal in den Abo-Zahlen sich niederschlagen. Das werden wir dann heute berichten, beziehungsweise dann morgen berichten, werden wir den Zahlen heute. Und daneben liegen auch noch andere die Ergebnisse von nämlich Nokia, Blackstone, Deliveroo, Nordea Bank, ABB, Danone, EasyJet, Sartorius und L'Oreal. Und in Washington, da treffen sich die Finanzminister aus aller Welt. Da geht nämlich die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank weiter. Elon Musk ist ja bekannt für waghalsige Thesen, mal vorsichtig formuliert. Und so eine hat er da jüngst auch wieder aufgestellt. Der Tesla-Chef, der meinte nämlich auf einer Veranstaltung, die steigende Nachfrage nach stromhungrigen KI-Chips, die könnte bald zu einer Stromknappheit führen. Und genau sagte er, Zitat, nächstes Jahr werden sie sehen, dass sie einfach nicht genug Strom finden, um alle Chips zu betreiben. Okay, vielleicht wird der Hype um KI jetzt noch nicht zu flächendeckenden Stromausfällen im kommenden Jahr führen. Aber für die stark nachgefragten KI-Anwendungen, da braucht es plötzlich hunderte große Rechenzentren und die sind wirklich besonders stromhungrig. Und die Kollegen von Barron's, die haben da letztens eine Studie der Boston Consulting Group zitiert, wonach die KI-Rechenzentren allein hier in den USA einen rasant wachsenden Teil des Stromverbrauchs ausmachen werden. Im Jahr 2022, also noch so ein bisschen vor dem großen KI-Boom, da waren es demnach 126 Terawattstunden, das waren dann 2,5 Prozent des Gesamtverbrauchs, bis zum Jahr 2030. Da könnte dieser Anteil aber schon auf mindestens 6,5 Prozent im unteren und bis 7,5 Prozent im oberen Szenario steigen. Ihr seht also, die Unternehmen im KI-Bereich haben einen riesengroßen Bedarf, ihre Strominfrastruktur fit zu machen. Und das verspricht natürlich jenen Unternehmen ein lukratives Geschäft, die mit der Elektrifizierung ihr Geld verdienen. Und die möglichen Profiteure hat Goldman Sachs mal in einen Power-Up-Amerika-Aktienkorb reingepackt. Da sind insgesamt 25 Titel drin, vor allem Versorger und Technikfirmen und auch ganz neu GE-Vernova, die sind ja erst vor kurzem abgespalten worden. Und wir schauen bewusst auch auf US-Firmen, denn der Bedarf an Rechenzentren, der macht hier 40 Prozent des Weltmarktes aus, wie McKinsey jüngst berechnet hat. Ja, warum sind da Energieversorger drin? Klar, es braucht überhaupt erstmal mehr Strom, der Bedarf steigt. Im Korb enthalten sind etwa Produzenten wie American Electric Power, Constellation Energy oder Accel Energy. Das sind allesamt regionale Betreiber von Kern- oder auch Gaskraftwerken. Aber die KI allein, die kann hier natürlich allenfalls für einen kleinen Push sorgen. Und außerdem stellt sich natürlich auch noch eine politische Frage, können und wollen die Betreiber der Rechenzentren da langfristig auf vermeintlich dreckigen Strom, wie zum Beispiel aus Gaskraftwerken setzen? Oder schaffen sie es vielleicht dann schon bald ausschließlich mit Erneuerbaren? Das ist natürlich schwer zu prognostizieren. Und spannender sind da also eher Spezialfirmen, die beispielsweise Infrastruktur herstellen. Edcor ist ein Unternehmen, das stellt unter anderem Elektrik für Rechenzentren her, also Kabelrohre oder Installationszubehör. Und die Aktie ist über die vergangenen Jahre solide gestiegen. Seit Jahresbeginn steht immerhin ein Plus von 6 Prozent und auf Jahressicht sogar von 30 Prozent. Und die Mehrzahl der Analysten rät zum Kauf. Im Schnitt sehen Sie ein Kursziel von 193 Dollar je Aktie, also ein Kurspotenzial von immerhin 40 Prozent. Und von diesen Firmen finden sich einige in der Goldman-Liste. Viel zu viele, um sie alle ausführlich zu besprechen. Zum Beispiel gehört Comfort System USA dazu. Die vertreiben vor allem Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik für Rechenzentren. Und die Aktie hat sich seit Jahresbeginn wirklich rasant entwickelt. Plus 45 Prozent. Deshalb sehen Analysten auch nur noch ein kleines Kurspotenzial von 7 Prozent. Ein ähnlicher Fall ist M-Core Group. Die machen Gebäude, Dienstleistungen für Halbleiter und Batteriefabriken. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um mehr als 57 Prozent zugelegt. Konnte Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Ein bisschen mehr Kurspotenzial als die Analysten bei Primoris-Services, nämlich 28 Prozent. Das Unternehmen stellt Pipelines her, zum Beispiel für Abwasser. Ja, und das ist ein ganz gutes Stichwort. Denn es geht längst nicht nur um Strom, sondern auch um Wasser. Die Rechenzentren, die müssen ja irgendwie runtergekühlt werden. Und in den Nachhaltigkeitsberichten der großen Konzerne, wie zum Beispiel Meta oder Microsoft, da sieht man das auch schon. Der Wasserverbrauch, der ist zuletzt deutlich angestiegen. Und das kommt natürlich gar nicht gut an. Und deshalb sind die Unternehmen schon fleißig dabei, gegenzusteuern. Sie versprechen zum Beispiel in den kommenden Jahren, wasserpositiv zu werden. Also der Umwelt insgesamt mehr Frischwasser zurückzugeben, als sie ihr entnehmen. Und klar, dafür braucht es jede Menge Wasseraufbereitungsanlagen. Und auch davon können Anleger profitieren. Wir haben ja schon regelmäßig über den iShares Global Clean Water gesprochen. Darin enthalten sind große Wasserversorger wie American Water Works, aber eben auch Wasser-Techies wie Xylem. Elon Musk, der hat seine Sorge vor der Energieknappheit übrigens auf der Bühne eines deutschen Unternehmens geäußert, das sich auch viel vom Geschäft mit der KI verspricht. Ja, nur investieren könnt ihr hier leider nicht, denn das Unternehmen ist nicht an der Börse gelistet, nämlich Bosch. Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußball-Podcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher. Timing is a bitch. Das wird sich gerade auch Kathy Wood denken, die Chefin der Fondsgesellschaft ARK Investment Management. Ausgerechnet, wenn sie mit ihrem Flaggschiff nach Europa kommt, spielt die Börse nicht mit. Der ARK Innovation hat binnen eines Monats 15 Prozent am Wert verloren. Seit Jahresanfang liegt der Fonds sogar 17 Prozent im Minus. Grund genug, uns in der Triple-E Idee nochmal genauer anzuschauen, was ihr ab heute dann offiziell in Deutschland kaufen könnt. Das sind nämlich drei Fonds, die Wood mit nach Deutschland bringt. Neben dem Flaggschiff, dem ARK Innovation, ist das der ARK Genomic Revolution ETF und der ARK Artificial Intelligence and Robotics. Aber schauen wir uns erstmal den ARK Innovation an. Da fällt beim Blick auf den langfristigen Chart auf, dass es ja vielleicht nicht allein an schlechtem Timing liegt. In guten Zeiten, da schafft sie es ja durchaus, den Markt zu schlagen. Aber in schlechten Zeiten, da ist die Wertentwicklung wirklich gruselig und sie läuft dem Markt da weit hinterher. Möglicherweise ist Kathy Wood, die den Indexfonds ja aktiv managt, doch nicht der König Midas des Stockpicking. Und ihr habt ja letztens in der Samstagsfolge gelernt, das hat zwei griechische Buchstaben für Aufklärung sorgen können, nämlich Beta und Alpha. Und das Beta, das ist eine Kennzahl, die misst, wie sich ein Fonds gegenüber dem Gesamtmarkt bewegt. Also ein Beta-Wert größer als 1 bedeutet, dass der Fonds volatiler ist als der Markt. Und Volatilität ist natürlich Risiko. Und Wert von kleiner als 1 heißt weniger riskant, also wird weniger stark schwanken. Und von 1 ist es halt im Einklang mit dem Markt. Ja, wenn man den ARK Innovation am Nasdaq 100 misst, da hatte ein Beta von unglaublichen 1,7, geht also deutlich höhere Risiken ein als der Big Tech Index. Und schauen wir auf das Alpha, das misst, ob Kathy Wood durch ihre Picks eine risikoadjustierte Überrendite hinbekommt. Dann zeigt sich da insgesamt, wie viel besser oder schlechter der Fondsvergleich zu einem Vergleichsindex abgeschnitten hat, nachdem eben das Risiko berücksichtigt worden ist. Und ein positives Alpha, das deutet eben darauf hin, dass der Fonds dann besser abschneidet als der Markt. Während ein negatives Alpha darauf hindeutet, dass der Fonds schlechter abschneidet. Und jetzt gucken wir mal, wie es Alpha aussieht bei ARK Innovation. Und positives Alpha, leider Fehlanzeige. Der ARK Innovation hat ein Alpha von minus 0,5. Und jetzt lässt sich natürlich argumentieren, naja, die Kathy Wood, die setzt da eher auf die kleinen Innovationsführer. Und das darf man dann nicht mit so einem Big Tech Index vergleichen, sondern man müsste dann eher mit einem Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index vergleichen. Da sind ja nur Unternehmen drin, die keine Gewinne machen. Also eine Art Negativauswahl. Und vergleicht man den ARK Innovation mit diesem Index, dann hat Wood immerhin ein ganz klitzekleines Alpha von 0,2 erwirtschaftet. Positiv. Aber man muss halt schon sagen, das ist natürlich nicht die Wahrheit. Also die hat in ihrem Ding, wenn man sich die Top Ten beispielsweise anguckt, vor allem auch große Werte drin. Big Tech macht 55 Prozent des Portfolios aus. Die Top Ten haben wir hier mal rausgesucht. Tesla ist das Größte, also das ist wirklich Big Tech. Coinbase ist auch eher groß. Roku würde ich auch eher zu den größeren Sachen machen. Block, okay, nicht ganz so. UiPath jetzt auch nicht. Dann CRISPR Therapeutics ist auch eher ein kleiner Wert. Roblox, ein Spiele-Ding, schon ein bisschen größer. Zoom, Robinhood, auf jeden Fall ein großer Wert. Unity, das ist wieder eher etwas Kleines. Und Palantir ist dann wieder etwas Großes. Aber man sieht, es sind schon eher große Werte. Also insofern muss man es nicht mit Non-Profitable Tech vergleichen, sondern müsste wahrscheinlich doch eher mit einem Nasdaq ein Hunde das machen. Ja und dass es vor allem Big Tech ist, das bedingt dann noch was anderes. 92 Prozent stammen aus den USA, 5 Prozent aus der Schweiz und 3 Prozent aus Kanada. Der ARC Innovation, der gilt zwar als Tech-Fonds wegen des Ansatzes, sich auf Innovationen zu konzentrieren. Aber wenn man die Sektoren Software und Internet zusammenrechnet, dann sind nur 40 Prozent in Tech investiert. Und ein Guteil steckt eben in Biotech oder auch Fintech. Es handelt sich also um ein stark konzentriertes Portfolio mit gerade mal 37 Werten. Und die jährliche Gebühr von 0,75 Prozent ist für einen aktiv gemanagten Fonds zwar wenig, aber für einen ETF eben viel. So und jetzt kann jeder selbst einschätzen, ob er sich den ARC Innovation mal anschaut. Vielleicht brauchen die Werte von Keith ja noch etwas, bis sie dann durchstarten. Aber vielleicht sind es die Falschen, die sie ausgewählt hat. Vielleicht noch ein Wort zu den anderen beiden Fonds der ARC Genomic Revolution. Der investiert in Unternehmen, die nach Ansicht von ARC erheblich von der Verlängerung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen profitieren, indem sie technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, Verbesserung und Fortschritt in der Genomik in ihr Geschäft integrieren. Wenn man den Fonds sich anguckt, der liegt in diesem Jahr 27 Prozent im Minus. Und wenn man da mal schaut, Alpha, Beta, das habt ihr jetzt ja gelernt, was es ist, gemessen am Nasdaq Biotech. Das wäre so ein Vergleichsmaß, hat ein Beta von 1,8, also geht wesentlich höhere Risiken ein und das zahlt sich aber nicht aus. Nämlich das Alpha ist negativ, minus 0,4. Ja und dann bleibt noch einer und zwar der ARC Artificial Intelligence and Robotics. Und der existiert in der Form noch nicht, sondern er verbindet die beiden US-ETFs ARC Autonomous Technology and Robotics und den ARC Next Generation Internet. Ja, zwar kann sich die Performance des ARC Next Generation Internet durchaus sehen lassen, aber verglichen mit dem Nasdaq Internet ist das Beta bei 1,5 und das Alpha ebenfalls negativ bei minus 0,28. Und der ARC Autonomous Technology and Robotics, der hat verglichen mit dem Global Robotics und Automation Index ein Beta von 1, aber auch hier ein negatives Alpha, nämlich von minus 0,18. Tja, das ist jetzt wahrlich kein gutes Timing für die Produktpalette, die nach Europa zu bringen. Und ja, also guckt es euch an, ab heute handelbar eigentlich bei jedem Broker. Das war alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a1welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab eine Frage zum Superzyklus bei Rohstoffen von Sascha. Und er schrieb, hat Holger nicht mal den iShares Diversified Commodity Swap genannt? Ja, das habe ich mal getan. Der ist auch gar nicht so schlecht, liegt aber auf fünf Jahre Sicht leicht hinter dem iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap, den wir hier mit unter den Top 4 Fonds vorgestellt haben. Und deswegen haben wir eben den genommen und nicht den iShares Diversity Commodity Swap. Aber man kann den auch nehmen. Der bildet halt den Bloomberg Commodity Index ab. Nur eben ist da weniger Optimierung drin, die ja benutzt wird, um die Rollverluste geringer zu halten. Da haben wir ja auch was drüber gesprochen, als einfach mal vor zwei Tagen reinhören, wer das nochmal genau hören will. Ja, wer sich das mit den Terminkontrakten und der Optimierung mal näher anschauen möchte, der guckt am besten mal auf den erst vor kurzem aufgelegten LMG Multi-Strategy Enhanced Commodities. Der bildet den Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index ab. Langer Name, aber ein Index, der quasi noch versucht, Rollgewinne zu machen. Und der Index hat sich auch deutlich besser geschlagen als der Bloomberg Commodity Index. Und wenn ihr nicht nur über Aktien, sondern auch über die Schätze der Erde etwas wissen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. damn, abonniert uns und powers! Bis zum nächsten Mal! Wir hören uns morgen wieder! Michael Benutzer von576-ZT Bonus &'t blanket sein? Bis zum nächsten Mal!